Alter, Bülmi, was hast du dir da wieder für einen Vertrag gewordenen Super-GAU aufschwatzen lassen? Jetzt müssen wir noch neben unserer 23 Uhr ZDF-Neo-Anti-Agenda-Setting-Sendung dem Neo-Magazin – alles andere ist Fernsehen – auch noch billigste Cross-Promo machen. Danke! Liebes ZDF-Publikum, die ultramoderne Marktforschungsabteilung des Zweiten Deutschen Fernsehens hat festgestellt, dass Sie voll auf Second-Screen-Features abfahren. Am 26. Mai erwartet Sie in Ihrem Lieblings-ZDF der erste Film mit Second-Screen-Technologie und einer dazugehörigen App. Seien Sie also mittendrin, wenn die Studentin Anna nach einer Party plötzlich auf ihrem Handy eine neue App findet, – die am Anfang nützlich zu sein scheint – sich jedoch bald als hinterlistige Spähsoftware entpuppt. Und das mit tödlichen Folgen. Zu Beginn des Filmes aktiviert erscheinen parallel zur Handlung SMS-Dialoge, Informationen und neue Kameraperspektiven, mit denen Sie, den Protagonisten, einen Schritt voraus sind. Seien Sie Mittäter, wenn die Studenten einen Selbstmord filmen oder Nacktfotos sehen. Oder werden Sie selbst zum Opfer, wenn Sie plötzlich feststellen, dass Sie genau die App heruntergeladen haben, die eben im Film ein Dutzend Menschen getötet hat. Nur weil Ihnen das ein als Sascha Lobo verkleideter Mann mit unglaublich tiefer Stimme geraten hat. Dieser rät Ihnen jetzt vertragsbedingt allerdings auch, für weitere Informationen auf die Seite atfilm.zdf.de zu gehen. Werden die iPhones bald schlauer sein als wir? Bringen uns die Handys irgendwann alle um? Seien Sie unbesorgt und bauen Sie sich erstmal einen Hut aus Alufolie. Bis Ihnen Elmar Thewissen in der zweiteiligen Dokumentation Verschwörung gegen die Freiheit am 27. und 28. Mai erklärt, dass es genauso kommen wird. Bis dahin, mit dem zweiten sieht man besser. Habe ich jetzt oft genug App, ZDF und Elmar Thewissen gesagt?